2011, ein neues Jahr und eine neue Umgebung. Ich befinde mich hier im Aurum, einer der angesagtesten Bars in München, im berühmten Glockenbachviertel. Und mein erster Gast ist Michael Holm. Sie sagte, bitte nimm mich mit nach Mendozino. Alle waren es da mit den Blumen im Haar und 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 den Riesentüten im Gesicht. Und das war, du ihn gut findest oder nicht, aber du hast immer hingeschaut und das war immer so. Alle haben es gesehen. Es ist noch Liebe nach tausend Lügen, wenn Illusionen die Rauch verfliegen, kann man Enttäuschung und Angst besiegen.